Hört mal, das können wir uns ja dann wieder zurückgeben. Das ist ein wunderbarer Aufblick. Wo ist denn das? Davon ist La Baie, La Baie des Fonds des Parcs. Das ist auch nicht so weit. Das war noch nicht lange alles fertig davon. Das ist ein bisschen wie Hinterland. Das ist eine Kathedrale, wo man aufstecken kann. Die Flussendor ist bei einer Stunde. Autobahn, Ausfall nach oben, Süd. Das ist meine Fahrt. Jetzt kommt die Fritzkönche und die Kurkräre. Nach dem Flugnachraden-Krathenklasse. Die größerschaften eines zu Brusts. Ich bin sehr dankbar. In den Port Mähren ließen all die Kandrale von den Kandralen und das ist nicht weit von mir. Also, das wäre für die heutigen Ausbildung gut. Die Kandrale von Kandrale und den Kandrale von Kandale, die die Ausbildung der hiber verstanden ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020